Hallo und jetzt willkommen zu Let's Play Robocore. Wir tätowieren den Verhörer oder sowas in der Art und ähm, ja, Hallöchen. Und für sich wäre das eine coole Idee, ja. Ich will, ich will eins haben. Das, ja, doch schon. Soll ich mal deine Kiefer am Party zurückgebringen? Äh... Mein Körper hat genug Schmerzen. Glaubst du mir? Du kannst nie genug von diesen Puppen haben. Auf jeden Fall, wenn du nicht hier für Inking bist, was willst du? Ein Biker nennt Spike. Ich hörte, er war dein Gast. Ich serve keine Bikern. Ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat, aber es ist ein Lade-Bull. Hörst du, dass du Tattoo für die Strecke-Vulcher machen? Ah, du möchtest also auf die harte Schuhe? Ah, na, das kann ich dir bringen, Kumpel. Sehen wir uns noch mal ein bisschen um. Ähm, was ist denn hier? Ja. Biker Brille, Motorradschlüssel, aha. Aufbewahrungsbehälter. Auch sehr suspicions. Persönlicher Notizblock. Wow, ernsthaft. Aufbewahrungsbehälter. Das ist die Frage. Was du willst, wenn du sie mit ihnen möchtest? Ah, fuck. Ich sagte ihn nicht zu kommen, wenn er so heiß ist. Er hat das selbst gebracht. Wo ist er? Ja, er hat irgendwo ein Platz nahe, aber ich weiß nicht, wo genau. Ich habe Angst, dass diese Informationen zu vage sind. Seine Motorradschlüssel muss außerhalb sein. Es ist ein bisschen wie ein Chopper, ich weiß nicht. Du kannst das Plattnummer auf dieser Foto checken. Wiese Wahl für einen Skumm-Artist. Das tut mir aber leid. Wie praktisch aber, dass die Bösewichte immer ihre... Ja, sich irgendwo verewigen müssen. Oh Gott, ich könnte reinzoomen, aber ich sehe nicht, dass das steht. Sad life. Oh, das ist kulturelle Aneignung. Das geht so leider Gottes nicht. Du musst leider dein Land schließen lassen. Ja, so sieht es normal aus. Hallöchen. Kennzeichen erfasst. Wie hast du da das Kennzeichen gesehen? Das ist nicht meins. Das at max. Aber das glaube ich nicht mal, dass das ein Kennzeichen ist. Ich hätte auch einfach die Überwachungskamera checken können. Ne? Arschloch. Na gut. Oh. Es ist mega... Das war dieses Arschloch, ne? Aber ich muss einen... Was willst du denn? Das ist doch jemand anderes als ich dachte. Upsi. Egal, ich steck mal. Ja. Ja, schon. Weiß doch... Na ja... Kommt auf... Not every team is worth joining. You have a very multifaceted outlook. Impressive. As for me. I have always value team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening. Ach, das ist doch dieser neue Bürgermeister, ne? Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. Ja, ja. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve the city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So. What do you think about getting involved in politics? Ah, ich glaube nicht. Ich halte mich davon fern. Ich bin ein passiver Beobachter. Ja, eigentlich mittlerweile ja auch nicht mehr, aber ähm. Ah, pff, pff. I stay far away from politics. However, politics does not stay away from you, does it? You are the symbol of this city. Everything you do, everything you say has a political impact. No matter if you talk privately or publicly. You should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you wouldn't join every team. So, let's create a team that you would want to be a part of. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. You'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now think about what we've discussed. About what we could do for this city. Together, as a team. I count on your support. You have to join Milz unterstützen. Wo habe ich ihn denn unterstützt? Ich habe gesagt, ich möchte kein Teil von Politik sein, hä? Bist du scheiße? Warum sollte ich den Typ unterstützen? Da kann ich mich mal im Arsch decken. Er labert nun wieder schöne Wörter, die man hören möchte. Und am Ende passiert wieder nichts. Ne, ne, ne. Ich vertraue uns, ich bin nicht. Ich will den anderen haben. Ja, los. Was guckst du so blöd? Hm, naja. Finden wir mal das richtige Motore, nachdem wir da quasi schon hingelotst werden. Das ist ja im Ermittlungsbereich, ich verstehe. Ja, hätte ich den Unfallort gescannt, wüsste ich bestimmt schon. Ähm, ja. Das Ding sah auch anders aus. Ne, das Motorrot sah auch anders aus, als das auf dem Bild. Wird wahrscheinlich am Ende jeden anderes sein, aber hey. Tun wir mal so als ob. Der wird ja bestimmt nicht immer offen auf der Straße. Der wird auch eher hier so. Ja, das könnte es schon eher sein. Übereinstimmung, ha, wüsste ich's doch. Aber es sieht auch schon mehr aus wie das auf dem Foto. Wobei ich glaube, das auf dem Foto war ja so mehr mit gelbem Touch, was ich vielleicht auch im Filter. I don't know. Gehen wir mal rein. Kuckuck. Hallo Haus, was geht? Erstmal gucken nach Beweisen. Ich wollte schon sagen, ich höre mir keine Musik an. Ich glaube, du bist ein bisschen besoffen. Mein guter Herr. Oh, wir können in den Keller gehen. Wir müssen wahrscheinlich sowieso am Ende hin, aber hey. Okay. Ein bisschen Regeneration und ein belastender Hinweis. Halte Löcher. OCP Schulungsdisk. Oh mein Gott. Ich kann... Ich kann... Ja. Cool. Psychologie. Gip. Senkt die Ergebnisschwellen für die Hauptfiguren. Was soll das denn bitte schön bedeuten? Ich verstehe es nicht. Möchte ich jetzt endlich ein bisschen was im Kampf... ...skillen. Haha. Das klingt cool. Ablenken. Kalinker. Lieberige Geschosse. Prallen von der Panzerung. Ab und für den Gegner in der Nähe. Schauen zu. Ah. Das mit dem Markieren klingt sehr interessant, aber hm. Technik. Die Abklingzahlen am Sport wird verringert. Naja. Gesundheit. Panzerung. Äh. Ich glaube Panzerung wird tatsächlich das Bessere für uns momentan. Ja. Ich versuch Panzerung. Panzerung zu wachsen. Das klingt nach einer Rückenidee. Aber vielleicht doch nicht. Was weiß ich. Als hätte ich jemals gewusst, was ne gute Idee ist. Hier ist die Musik. Für den Moment hab ich gedacht, warte mal, ist das Motorhead? Warte mal, kann man durchkommen. Also. Nicht wirklich, aber so ein bisschen. Hallo. Deine Musik ist ein bisschen zu laut, guter Herr. Ich wurde noch nicht für die Songs weggekommen über zwei. Bis stall zu laut... Vor etwas ne�... Wir Aquí f件 den Silver Star mitばkern! Der!!! Das heißt, wir ha youtubers! Wir kommen plant der Leiter für uns. Aber wir verlagten uns! Nein Ganz? Orl? Wirumph Wasser nehmen ein klarer. Wir haben den Tornator gesehen. Wir wurden�agen und gewasEN esattaverhalten den Torn. Ja, weil er das ja schon immer mal eine Chance dagegen hatte gegen dich, ja? Oh, ich dachte, die Kamera wurde rot gemacht. Ups, schuldigung. Der Typ ist unsichtbar. Nein, da ist der. Der hat sich aber gut versteckt. Los, später, jetzt mal verstecken. Ja, Mann. Hi, Süßer. Ich gucke mir das mal um, ne? Nicht, dass meine goldene Gelegenheit verschwindet, sich umzugucken. Oh, was steht hier? Bautiz mit einem Safecoach-Kombination. Oh, ist ein Safe? Hier ist ein Safe. Erstmal hier ausmachen. Wo ist denn der Safe hier? Hey, wir halten es noch ein bisschen durch, ne? Ich muss erstmal den Safe hier finden. Vielleicht findest du den noch später. Ich hoffe, ich werd den noch später. Vielleicht ist er auch einfach hier drin. Ich, schlaues Kind. Was dockt der denn hier? Finde ich immer gut, dass dieses Menü von wegen, äh, Essen nach unten und sowas immer weiter... Warte mal, das ist fortgeschrieben. Was steht denn da? Status der Video-Übertragung. Aha. Ist fast fertig. Vielleicht sollten wir das einfach mal abwarten. Das ist ja... Doch sehr interessant. Einfach gehen. Scheiß auf den Typen. Was passiert, wenn das hier voll ist? Oh nein, es geht nicht wieder voll, ne? Nee, es geht wieder zurück, meh. Wat'n Beschiss. Aber hier ist kein Safe. Hallo, Spieke. Was ist das? Was macht Wendel? Was macht Wendel? Du sah es selbst. Er braucht uns, um die Gehirne zu entfernen. Die Gehirne zu entfernen. Die Gehirne zu entfernen. Warum, die Gehirne? Er ist niemals. Wendel hält seine Gehirne zu seinem Kopf. Wo ist er? Wenn? Und jetzt? Ah... My bet it'd be... In front of a screen. Whenever that fucking signal is supposed to reach. Cause... He's always... Watching. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Ah, ich hab die Kamera abgeschossen. Die Senderanlagen entdeckt. Ja, wie auch immer du es an dem Tripod ausgemacht hast. Aber... Okay. Ich glaube dir. Aha. Achso. Ich dachte, hier ist... Ja gut, das... Ist ja jetzt ne Überraschung. So, ähm... Was machen wir denn hier schönes? 4M-Bild hast du bereits gesendet. Okay. Karte ändern. Zielübertragung. Hartfeinrichtung. Ähm... Ja, ich weiß es nicht. Übertragung... Beenden. Äh... Karte ändern. Karte kann nicht genannt werden. Ziel der Übertragung. Aha. Altes Inkaufszentrum. Hartfeinrichtung. Kamerastart ist okay. Ahja. Achso. Mobile Start Ausstellung. Gut. Dann, äh... Hier ist doch der Safe. Häufig dummes Fertschlip. Scheiße. Ah... Falschgeld. Ja, boi. Operator. Wendels Trail leads to the outskirts west of town. Continuing pursuit. Aber erstmal bringen wir das Bicke hier raus. Und fallen durch den Boden und sterben. Nicht? Enttäuschend. Ladezeit. Ladezeit gelöscht. Tschüss Bicke. Get well soon. Jetzt tut der mir irgendwo leid. Aber das ist ja nichts, was ich jetzt hätte verhindern können. Yeah. Aufgabe abgeschlossen. Wann geht's als nächstes? Wendel Antonoski finden. Im alten Kaufhaus. Gleich um die Ecke. Geister der Vergangenheit. Okay. Warum heißt das so? Das klingt sehr... ...verräterisch. Ja. Wofür haben die Herrschaften wohl Gehirne gebraucht? Hm. Nun. Ich frage mich, ich frage mich. Vor allen Dingen, wenn man die Filme kennt, denkt man sich so, hm, wozu brauchen die Gehirne? Hm. Verlassen wir ja doch einmal das Gebiet. Wir haben ja, glaube ich, ja ziemlich alles abgeschlossen. Ladezeit mal wieder gelöscht. Da wären wir. Ui. Okay. Das, äh... ...sieht gut aus. Wir sind zwar noch nicht bei 20 Minuten, aber ich würde erstmal einen kleinen Cut machen, weil das sieht so aus, als wäre das hier sehr durchgeht. Äh. Ja. Wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ...